Guten Tag Leute, Spieltag 6 GPL gegen Nest Flo und sein Team Flutschige Zäpfchen, ich wünsche euch viel Spaß, kurz zu den Umständen des Kampfes, der Kampf sollte am Freitag stattfinden, Flo hatte Probleme beim Gen des Teams, weswegen wir dann erstmal mehrere Stunden gewartet haben, bis er es eventuell irgendwie hinkriegt und dann hat es irgendwie nach 3-4 Stunden immer noch nicht geklappt und wir haben uns dann gedacht, komm schieben wir den Kampf auf Samstag und Samstag konnte der Flo dann erst irgendwie um 16.30 Uhr, ja 16.30 Uhr, haben wir den Kampf dann ausgetragen, das heißt also, ja es war ein bisschen blöd mit der Terminierung, heißt also dementsprechend, vielleicht ein bisschen genervt, im Video bin ich, ich bitte dich zu entschuldigen, den Umständen entsprechend, aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß bei dem Fight, ja. Spieltag 6 gegen Flo, super komischer Spieltag, der Kampf sollte gestern stattfinden, Flo hat sein Team nicht gennen können, zwei Leute konnten Flo sein Team ebenfalls nicht gennen und er musste es dann halt, oder wir mussten es auch den Tag, darauf verschieben, ich bin ein bisschen, ja, genervt über die Tatsache, nicht über Flo, der kann da natürlich nichts für, weil gestern ein kompletter Abend war dann futsch, weil wir dann natürlich gewartet hatten, der hofft noch, dass so etwas passiert und, ja, jetzt sind wir im Fight drin, ich hoffe, ich hab noch alles drauf, das Team-Building ist halt von gestern, wichtig ist, ruhig bleiben, nicht genervt sein und vor allen Dingen bin ich nervös, ja. Und es geht gegen den Meistern von letzter Saison, ja, der natürlich tabellarisch unter uns steht und jetzt, wenn er gewinnt, in einer entsprechenden Differenz auch über uns, ja, stehen kann am Ende des Spieltages, aber ich würde gerne gewinnen, um das erste Mal in dieser Saison wieder nicht negativ zu spielen nach Spieltag 1, das wäre meine persönliche Motivation. Puh, man merkt mir die Nervosität an, oder? Let's go. Ähm, ich erwarte von Flo... An sich, wow, wow, hohoho, ich hab überhaupt nicht mit dem Team gerechnet, aber... Okay, 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 also, der, äh, Bölerfisch ist dabei, Barakifa, Kyurem, obviously, äh, Haterine, interessant, Arkani, der muss mit, wegen Sibuna, Elfhund ist dabei, Oh, Elfhund ist dabei, Barakifa, hab ich irgendwas vergessen? Kargoron, mein bester Freund, ich schwöre es doch, wenn ich heute gegen Kargoron verliere, dann bin ich echt mad. Äh, ja, grundsätzlich, was machen wir in diesem Match-Up? Zumpax ist nicht dabei, was insane ist, das heißt, eigentlich, äh, bringt mir in meinen Energiekraut absolut nichts. Ich glaube, er ist gerade selber erstaunt darüber, dass ich, äh, Heatran mithabe. Und, okay, er hat keinen Ground-Type, das heißt, ich kann mit Chili... Ja, er hat keinen Zupax dabei, das heißt, Chilipepper kann eigentlich immer, for free, Volt-Wechsel drücken, weswegen ich gerade auch überlege, ob ich dann halt wirklich auch mit Chilipepper liede. Mh, er hat keine Rocks tatsächlich, was auch interessant ist. Ich muss halt nur für den Giftspitzen aufpassen, ne? Weil wenn ich nicht mehr Gift... Jaja, okay. Also, wir lieden auf jeden Fall mit Chilipepper, würde ich sagen, der ist immer relativ safe in dem Match-Up. Und dann gucken wir mal, was wir hier so sonst machen können. Ja, Chilipepper ist, glaube ich, ein guter Lied. Ähm... Alright, let's go, let's go. Sehr, 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 sehr spannend. Cargo, äh, hier Heterin. Warum Heterin? Ich weiß es nicht. Das Ding macht doch nichts gegen Heatran. Er hat wahrscheinlich nicht gedacht, dass ich Heatran mitnehme, deswegen Zumpax nicht mitgenommen und Heterin dann dabei gehabt. Also, zumindest gehe ich mal davon aus, dass das so die Grundidee war. Okay, Akani. Das muss eigentlich Fist der Akani sein. Ja, da ist der Bedroher, den sehen wir. Alright. Hätte mich auch bestrafen können, wenn er Justified oder so spielt für wilde andere Plays. Und wir haben den Bedroher gesehen. Ah, ich kann eigentlich for free Voltwechsel drücken. Richtig? Ich kann for free hier Voltwechsel drücken. Er kann den Nahkampf haben. Und ich habe eigentlich mit Heatran nichts gegen den Boy. Und Heatran ist in dem Matchup sehr wichtig. Gegen Heterin, weil Heterin gegen den nichts macht. Und an sich auch gegen Elfun. Ja, gegen die beiden Feen. Er hat sich gut gegen meine Darktypes gepreppt. Okay, okay, okay. Interessant, interessant. Latias sieht auch ziemlich lecker aus. Wir müssen halt nur das Kargoron wegbekommen. Wenn, wenn... Oh, ich bin super nervös. So, Voltwechsel kommt. Wir kriegen ein bisschen Chip auf Akani drauf. Können schon mal gucken, was das für eine Akani ist. Oh, ich war gerade geschockt. Wo war der Boylenhelm? Ne, ne, ich habe ja den Livehop da drauf, ne? Falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich habe doch nochmal den Boylenhelm im Nachhinein draufgeklatscht. Ich kann jetzt theoretisch auf Speedwagon gehen. Aber ich... Ah, das ist insofern gefährlich. Ich könnte auch auf Easy-Deezy gehen für Heatranstein. Heatran ist halt wichtig, habe ich gesagt. Aber andererseits... Okay, es sieht danach aus, als ob er sich nicht auf Heatran gepreppt hat. Also mal abwarten, was jetzt hier kommt. So. Flammenwurf. Okay, wir haben den Feuer. Perfekt. So. Scorching Sense, ne? Oh, er hat die Überreste auf dem Ding. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. So, das Blöde ist Akani... Oder ich mache gerade überhaupt nichts gegen Akani. Ne? Das ist ganz, 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 ganz blöd. Äh, Akani ist auf jeden Fall speziell. Flammenwurf. Das... Okay, okay, okay. Hatterin nerft, genau. Nervt. Aber an sich sollte ich hier versuchen, die Tarnsteine rauszubekommen. Ich meine, er kann riskieren, hier Hatterin reinzuwerfen. Könnte auch nicht einen Böllerfisch reinholen. Oh, gegen Böllerfisch wäre natürlich Solarstrahl. Ist auch geil, ne? Aber ganz ehrlich, eigentlich kann ich hier auf die Tarnsteine gehen. Da geht doch ein Donnerzahn. Das ist okay. Kann der mal... Okay, oh, die Tarnsteine liegen. Tarnsteine liegen. Das ist wunderbar. Tarnsteine liegen. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Verzeihung. So. Donnerzahn sehen wir auch auf dem Ding drauf. Donnerzahn. Okay. Flammenwurf Donnerzahn. Mix. Keine Interesse. Hätte ich nicht erwartet. So. Latias ist jetzt natürlich auch hier so ein kleiner Softcheck. Er hat halt nichts... Ja, ich brauche aber Heatran bei guter Gesundheit. Ne? Ich brauche Heatran auf jeden Fall bei guter Gesundheit. Deswegen habe ich gerade überlegen, bin auf Trish zu gehen. Jupp. Ich gehe jetzt also einfach mal auf Trish. Er kann halt, wie gesagt... Okay, er bleibt weiterhin drin. Interessant. Ich gehe auf Trish. Die Tarnsteine liegen. Er hat halt nur 11, um Tarnsteine wegzubekommen. So, Donnerzahn. Keine 10%. Sehr gut. Und ich habe ja schon gesehen, was das für ein Arcani ist, ne? Und er muss jetzt so ein bisschen Angst haben. Ich kann nicht vor Free Draco spammen. Ich könnte theoretisch auch auf den Schwuckball gehen. Hm. Aber an sich ist es, glaube ich, Psychic hier so das Beste, was ich machen kann. Weil ich einfach Schaden haben will, ne? Das heißt, wir drücken einfach mal hier die Psychokinese. Wenn 11-Hund reinkommt, ist das in Ordnung. Dann können wir auch bei 11-Hund schon mal gucken, was das für ein 11-Hund ist. Aber in den meisten Fällen ist eigentlich Carguron jetzt hier seine Antwort, ne? Und dann können wir auch bei Carguron schon mal gucken, was das für ein Carguron ist. So, er wechselt Andi raus. Perfekt. Und reinkommt Hi-Drei. Ah, da wäre natürlich jetzt der Schwuckball Littomatico gewesen, sage ich euch. So, okay. Er hat Magic bei uns. Hi-Drei. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Okay. Ja. An sich kann das Ding nichts gegen Izzy-Dizzy machen. Er kann einen Schwuckball drücken. Was okay wäre. Schwuckball, sage ich. Doch, er kann Schwuckball drücken, was okay wäre. Wir gehen einfach auf Heatran wieder raus. Wir haben halt nichts zu verlieren, wenn wir auf Heatran gehen. Nö, wir haben eigentlich nichts zu verlieren. Weil Heatran ist halt in dem Match-Up irgendwie jetzt ziemlich kacke. Heatran ist gut gegen Elphoon und gegen Hatterin. Na, gegen Carguron. Aber gegen Carguron habe ich auch noch diverse andere Optionen. Wir gehen einfach mal auf Izzy-Dizzy. Na, ich drücke den Seher. Ja, mhm. Müssen wir uns merken. Seher, sehr, 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 sehr. Ja, pio, 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 pio. Sehr, okay. Special Effects hier, was ist da los? Und an sich könnte ich jetzt einfach mal einen Feuersturm drücken, ne? Ich könnte hier einfach mal einen Feuersturm drücken. Wenn das Arcani rein kommt, kriegt das halt von Feuersturm jetzt hier richtig guten Schaden. Ja, wir drücken einfach mal den Feuersturm Sehr nervt jetzt natürlich Andi kommt wieder, aber Andi kriegt Kahnsteine Schaden, jetzt vermisse ich so ein bisschen die Erdkräfte tatsächlich, Erdkräfte wären jetzt hier richtig, richtig geil gewesen Und Feuersturm kommt Feuersturm tritt, perfekt, und der Feuersturm macht gar nicht so viel damage Satch Wo sind die Erdkräfte wenn man sie braucht, Leute, wo sind die Erdkräfte, wenn man sie braucht Ich komme an diesem Ding gerade nicht wirklich vorbei, an diesem Arcani So, nächste Runde kommt der Seer Nächste Runde kommt der Seer Ich kann aber nicht in Kars gehen, das heißt wir müssen wieder auf Trish gehen Nervig, weil eigentlich will ich nicht auf Trish gehen, weil Trish jetzt wieder Schaden kassiert, aber das ist okay So Latias kommt Ah, jetzt vermisse ich natürlich die Erdkräfte, ne Das ist, äh Ärgerlich So, Andi Hat auch Morgengrauen Und wahrscheinlich hat er auch noch Toxin im Set Würde zumindest sehr, sehr viel Sinn ergeben Das gefällt mir gerade alles nicht so wirklich Ich meine, habe ich... Okay, nein Ich habe ungefähr gesehen, wie viel Feuerstum gemacht hat Ja, ja, ja Das ist blöd Das ist ganz blöd Ich muss weiterhin auf die Psychokinese gehen Okay, perfekt Wir kriegen Schaden Oh, wenn wir Toxin drücken Uh, du bist komplett... Oh, du hast die Toodle im Set Okay Komplett spitz Aber why? Warum? Ich versuche es gerade zu verstehen, aber ich verstehe es irgendwie nicht Aber gut, okay Ähm Ah, okay Das ist jetzt natürlich sehr ärgerlich Komplett speziell defensiv Würde auch den Feuerstummschaden von ihm erklären Ah, mein Team ist sehr speziellastig Okay, wisst ihr, was wir jetzt machen müssen? Wir müssen auf Speedwagon gehen Wir müssen auf Speedwagon gehen Er kann jetzt eigentlich hier immer for free Ah, das Arcadi Warum bis... Warum... Oh, was ist das für Arcadi, Guys? Das... Das... Das Arcadi, das... Das ist gerade echt Nicht so cool Das Arcadi ist gerade echt nicht so schön für mich Eigentlich kann er hier sogar for free auf Flammenwurf gehen Nichts spricht dagegen Er geht doch morgen an Okay, das ist gut für mich Ich muss halt irgendwie die T-Spikes rausbekommen Ja, ich muss halt irgendwie die T-Spikes gerade rausbekommen Mache ich das nicht essentiell auf meiner Seite Hm Ja, ich muss es machen Ja, ich hoffe, ich werde es nicht bereuen Aber das Arcani, das ist gerade ein massives Problem Das ist gerade ein massives Problem Oh, ich vermisse die Erdkräfte gerade Ich vermisse die Erdkräfte gerade Das Arcani, das bereitet mir Ultra-Kopfschmerzen Weil es halt komplett speziell defensiv ist Das bereitet mir gerade massive Kopfschmerzen, Leute Die Erdkräfte wären den 10 gewesen in der Matchup 3-3 Fuck Okay Wir haben massives Problem Weil jetzt liegen die Jetzt liegen die auf meiner Seite Liegendspitzen Das ist ganz, ganz, ganz blöd Aber an sich nicht so problematisch, wie man es sich denken könnte Weil wir haben eigentlich nur Chili Pepper Der davon wirklich beeinflusst wird Aktiv beeinflusst wird So, ja, wir haben den Seer gesehen Wir bleiben hier einfach drin Wir sind schneller Wir drücken einfach mal die Matchbombe Und Das war ein Crit Ich glaube, der war aber nicht wichtig Und da kommt nochmal der Seer Das ist fein So, das ist in Ordnung Ja, wir drücken nochmal die Matchbombe Mal gucken, ob jetzt das Cargoron reinkommt Ja, mal abwarten Ich hätte hier auf den Flammenwurf gehen können, by the way Ja, ich hätte hier auf den Flammenwurf gehen können Wegen dem Crit Der Flammenwurf sollte Ja, ja, ich hätte hier auf den Flammenwurf gehen sollen Das war nicht ganz geschickt von mir Masterbang This wasn't exactly Good Ja, ich hätte hier ruhig auf den Flammenwurf gehen können Naja, egal Matchbombe kommt Matchbombe nimmt das Hatterin schon mal raus So So Für Hatterin ist es geworden Nächste Runde kommt der Seer Nächste Runde kommt der Seer Tarnsteine liegen Giftspitzen auf meiner Seite Ich würde zumindest noch einmal die Giftspitzen gerne auslegen Na, zumindest einmal Mh Kurem 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 wäre jetzt natürlich problematisch Kurem Wir sehen Da ist der Schaden auf jeden Fall schon mal drauf Und der Zwinger Du wirst sowas von Summen Spricht irgendetwas dagegen, dass du Summen wirst Ich hab gesagt, ich darf dich nichts haben lassen Im Teambuilding Ich darf dich nichts haben lassen No, 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 no Jetzt ist halt nur wichtig, ob wir den Delegator brechen Weil wenn wir den Delegator jetzt Ich hab extra Spezialangrissinvest mit drauf Wenn ihr das Teambuilding Video nicht gesehen habt Okay Und es scheint sich gelohnt zu haben Fragezeichen Aber ich krieg jetzt hier natürlich Massiven Schaden Durch den Seer Aber das ist okay Ich darf ihn nichts haben lassen Ich darf ihn nichts haben lassen Wie gesagt Das ist Alles andere als gut So, wir können wieder auf Trish gehen Und ich muss mal kurz kerken Wie das jetzt aussieht Das ist Akani Wie gesagt Das fuckt mich gerade tierisch ab Das geht mir gerade richtig auf den Sack Akani Mann Äh Ja Kaiurem Kaiurem, Kaiurem, Kaiurem Ich meine Ich könnte auf Star Platinum gehen Ich bin Schmuckball Aber an sich brauche ich den Äh Psychic reicht nicht ganz aus Oh cool Dann gehen wir auf Kars Ja Kars ist glaube ich hier Auch immer ein Way to go Oh Knockoff vielleicht Reicht leider nicht Reicht Reicht leider nicht ganz Ganz blöd Jetzt seht ihr auch Dass wir die Boots haben Well Ich muss hier auf den Abschlag gehen Ich muss hier auf den Abschlag gehen Mal gucken ob er Kurem abschmeißen wird Er hat halt keinen Switch in dafür Aus Akani Und Akani Wir haben schon gesehen Das ist komplett speziell defensiv Und das Akani macht Wir riesige Kopfzerbrechen Mann Ich muss hier jetzt tatsächlich Morning Sun Abweg kurz zählen Der hat schon zweimal Morning Sun benutzt Morning Sun hat maximal 8 Okay Das ist gut zu wissen Das ist gut zu wissen Okay Das ist gut zu wissen Scheiße Reicht das? Oh neiiiinnn Jaaa okay Okay Nehme ich Nehme ich Nehme ich Nehme ich Den nehme ich sehr 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 gerne Den nehme ich Absolut gerne So Und Kurem ist gold Ist ärgerlich Aber Sometimes What can I do Genau So Okay Und der Böller-Pisch Kommt rein Okay Böller-Pisch Hm Für den habe ich jetzt natürlich auch gar nicht mehr so viel Hm 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 Baras Bruder So Wir haben den Experten gut schon gesehen Der ist wahrscheinlich Bandit Aber der kann auch einfach auf CC gehen Hm Ja wahrscheinlich geht er auf CC Ich bin halt am überlegen Ob ich hier irgendwie was preserven muss Ich kann theoretisch auf Chili Pepper gehen Um zu gucken Worein er sich lockt Aber Chili Pepper ist halt Praktisch gegen Akani Kars wiederum Na wir bleiben einfach mal drin Und riskieren es jetzt hier Wenn CC kommt Ist es fein Ist okay Zumindest können wir dann schon mal sehen Was das für ein Böller-Pisch ist Ja So Das ist ein Life Orb Willer-Pisch Okay Barakifa Add Life Orb Du hast den Experten Gurt gehabt Hm Und an sich Könnten wir rein Theoretisch Auf Befario Für die Wackenwelle Nee 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 Das lohnt sich nicht Das rentiert sich nicht Wir können auf Trish gehen Wir gehen auf Trish Wir gehen auf jeden Fall auf Trish Ach Leute 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 So Der kann Aquajet haben Der kann Aquajet haben Vielleicht hätte ich für Aquajet scouten sollen Aber eigentlich Wie gesagt Böller-Fisch Wenn er jetzt Aquajet hat Hm Ja mein Gott Dann ist das halt so Äh Ja Ja doch 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 Wenn er das jetzt hat Dann ist das halt so Hast du den Aquajet zum Retaliaten Ich würde rein von meinem Team Nicht davon ausgehen Deswegen gehe ich jetzt hier ein paar Risiken ein Mein Teambuilding geht nicht ganz so auf Mein Teambuilding geht hier ganz und gar nicht auf aktuell Aber ja Müssen wir mit Leben Zur Zeit Gegner hat Er hat noch 11 von Kargoron Andi Ja Karate Andi Komm ran Karate Andi So Kommt die Psychokinese Bub I mean Kann raus wechseln Und sich das raus wechseln hier auch ziemlich gut Um ehrlich zu sein Ja Lati aufbewahren lohnt sich eigentlich schon noch Lati aufbewahren lohnt sich eigentlich schon noch Lati aufbewahren Ansonsten Warte Moment 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 Wenn ich Ich überlege gerade Also wenn ich jetzt Akane weg bekomme Ne Dann kann theoretisch Lucario Ziemlich gut sein Deswegen ich ja mal überlegen bin Hier einfach drin zu bleiben Und einfach weiterhin anzugreifen Bis ich einen Drop bekomme Bis ich vielleicht auch Ja 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 machen wir Machen wir so Machen wir so Jo machen wir so Machen wir so Ich muss das Akane gerade ein bisschen pressern Weil sobald das Akane weg ist Kann theoretisch wie gesagt Lucario Richtig richtig stark werden Andererseits wird Kargoron auch sehr gefährlich Mit Autonomize Den darf ich also nicht dazu kommen lassen Aber Ja Müssen wir durch Ne Drei Ja wir bleiben weiterhin drin Irgendwann Kommt vielleicht ein Drop Irgendwann kommt vielleicht der Crit Wir bleiben drin Ich muss die Sakane auf jeden Fall So gut es geht Äh Anschippen Jo Gegen Kargoron verliere ich sowieso Mit dem habe ich ja beim Teambuilding Auch nicht gerechnet Ja Ich gehe jetzt in Risiko ein hier Naja Ich gehe jetzt hier auf jeden Fall in Risiko ein Aber bisher läuft natürlich der Kampf auch recht glücklich für uns Aber das passt Andererseits Ich meine wenn ich jetzt hier raus wechsel Andererseits wenn ich jetzt raus wechsel Auf Heatran Von hier jetzt Na Jetzt Warum habe ich nicht einen Meteorstrahl drauf Heat Wobei Kann Heatran Das überhaupt Ich weiß es gar nicht Ich muss das gerade ein bisschen abschätzen Mann Ich muss das gerade so ein bisschen abschätzen Aber Komm 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 Wir gehen auf Heatran Weil jetzt könnte der Zug sein Indem er am ehesten angreift Ja Perfekt Dann holen wir uns auch nochmal den Feuerfängerboost ab Das ist halt Weiß ich Es ist Es sackt gerade so ein bisschen Es sackt gerade richtig Ich kann es nicht anders sagen Das ist gerade echt Echt nicht cool Aber Müssen wir uns gerade durchkämpfen Donnerzahn Alright Ich habe hier jetzt den Feuerfängerboost Also ich könnte auch auf den Feuersturm gehen Ja komm warum denn nicht Ah Come on Heatran Enttäuscht mich nicht Okay Den habe ich mir verdient Für den Fokusstoß Ist okay Äh Jo Das ist jetzt ärgerlich Weil eigentlich werfen wir hier gerade Heatran für nichts ab Erdkräfte wären es gewesen guys Erdkräfte wären gerade insane Ja ich hätte direkt im Feuersturm gehen sollen Hätte ich jetzt ein bisschen mehr Schaden drauf Ja wir gehen weiter noch den Feuersturm Weepile haben wir auch nicht mehr Okay Also das ist jetzt ein bisschen ein Lucky Also sehr flinch Äh Full Para Ne was Ach egal Was wir das bekommen haben Ist halt schon ein bisschen blöd Hm Ja Läuft nicht gut gerade Läuft nicht gut Läuft alles andere als gut gerade Ich bekomme das Arcane nicht weg Okay Geht nochmal auf morgen Interessant Hat vielleicht mit einem Switch gerechnet Geht weiter mit dem Morgen�ern Sehr sehr, sehr, sehr gierig von ihm Aber das ist okay. Das könnte mir in die Karten spielen. Sofern ich natürlich weiterhin treffe. Okay, sehr gut. Das erhöht auch die Chance, dass ich critte. Oder burn bekomme. Haha. Das waren jetzt, glaube ich, sechs. Ich denke mal, er wird das jetzt die ganze Zeit so weiter machen, bis ich nicht misse. Was natürlich auch für ihn eigentlich ein ganz guter Play ist. Ne, jetzt geht er um Donnerzahn. Okay, jetzt geht er um Donnerzahn. Finish mich, das ist in Ordnung. Gehen ein komplett speziell defensives Arkani. Kennen wir das? Ein komplett speziell defensives Arkani. Es wird nicht reichen. Also es wird ganz knapp nicht reichen. Wobei, sieht nach einer Rollie aus. Wenn ich ehrlich bin. Aber ich meine, was ist sonst meine Alternative? Draco Meteor vielleicht? Aber dann muss halt der Draco Meteor landen. Und selbst der Draco Meteor hat keine Garantie, dass er ausreicht. Also wenn, dann muss ich jetzt hier auf ein Kabel gehen. Ja. Oh ne, das wird niemals im Leben ausreichen. Ne, ne, das wird niemals im Leben ausreichen. Das sieht nach einem L aus, Leute. Das sieht nach einem L aus. Ich komme an dem Arkani nicht vorbei. Habe ich im Teambau Risiken eingenommen. Ich ging, wie gesagt, von einem komplett physisch-defensiven Arkani aus. Aber war ein komplett speziell defensives. Und wenn du halt für einen speziellen Angreifer hast, gut, dann sieht das in den meisten Fällen so aus. Also nicht gut. Da machst du einfach nix. Vor allem, weil das Kargoron noch als riesige Wind Condition da hinten ist, zusammen mit dem Barakiefer. Ich hatte halt die... Ja, das ist klar. Das ist klar, das ist klar. Dann ist der Kampf an der Stelle leider verloren. GG. GG, das werde ich an der Stelle nicht mehr gewinnen können, Leute. Ne, 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 ne. Das wäre zu schön gewesen. Ich meine, es ist okay. Hex war ein dabei. Er hat einen Fokusstoß gemisst. Dafür habe ich einiges anderes gemisst. Aber ich habe es im Teambuilding auch gesagt. Also ich muss meine Fokusstoße treffen. Und och, seht ihr? Seht ihr, wie wichtig das war, dass ich jetzt gerade den Fokusstoß verpasst habe? Ich sehe es. Ah, schade. Der hat halt nur deswegen überlegt, weil er die Leftover Recovery jetzt bekommen hat. Der war insane. Aber, wie gesagt, ist okay. Ich habe im Teambuilding schon gesagt, ich sollte meine Fokusstoße, wenn es geht, treffen. Ich habe sie nicht getroffen. Und deswegen habe ich an der Stelle dieses Game wahrscheinlich verdient verloren. Wenn das Arcani jetzt weg gewesen wäre, hätte er in Barakifa reingehen können? Oder halt einen Karguron oder einen Elf. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig. Da wäre aber noch einiges drin gewesen. Da wäre, ja, da wäre schon noch ein bisschen was drin gewesen. Jetzt kann Flo nämlich Arcani einfach sterben lassen, theoretisch. Ähm, ich für meinen Teil würde das zumindest so machen. Aber wie soll das denn jetzt sonst nochmal rauswechseln? Kann er nicht, außer er hat einen Defog auf dem Elf und drauf. Ja. Ist okay. Führen wir doch ein bisschen was für die Differenz. Das sieht nicht gut aus, Geist. Hm, Ron Weasley ist Karguron. Ja, ja, ja. Das ist okay, das ist okay. Da komme ich, wie gesagt, jetzt nicht mehr vorbei. Mit Lucario wäre hier durchaus noch eine Option gewesen. Lucario wäre gegen Karguron halt insane gewesen. Aber bis jetzt zumindest nicht mehr ganz so geil. Aber ja, wie gesagt, damit habe ich auch gerechnet, dass er hier nochmal Autonomie drauf hat. Und ich glaube, letzten Endes hätte das Ding, das Game sowieso geholt. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass er auch Erdbeben im Set hat. Das werden wir jetzt wahrscheinlich sehen. Ja. Das ist okay. Das ist okay. Das geht mit. Das Game haben wir verloren. Im Teambuilding, wie gesagt, sehr interessantes Teamkontroll. Aber es hat Work gemacht. Und das ist eigentlich das, worauf es auch ankommt. Es hat funktioniert und ja, GG. Ja, ich bin gescarved. Ich kann ja theoretisch noch schneller sein. Vielleicht kann ich mit einem Crit noch einen Kill rausholen. Joa, er könnte halt noch in Elf umgehen, theoretisch. Aber die brauchen wir nicht. So, vielleicht einen Full-Para hier. Ja, kommt gut. Und hier eine Krabbosch. Okay. Joa. GG an der Stelle. Wie gesagt, äh, der Kampf war im Teambuilding schon verloren. Leider. Ich habe, wie gesagt, im Leben nicht mit Kargoron gerechnet, weil ich Kargoron echt nicht gut finde gegen mich. Aber es hat funktioniert. Und, äh, ja, ich weiß es nicht. Dieser Karni war auch ein ganz großes Problem. Passiert. Ja, passiert. Wer halt Risiken im Teambuilding eingeht, der muss auch damit leben, dass nicht immer alles gut laufen kann. Ja. Wen auch sei, soll es für diesen Spieltag gewesen sein. Ich gebe an mein Nachwort, ich weiter und dann gucken wir mal. So, guys. Ja, was gibt es zu diesem Kampf zu sagen? Ich würde sagen, eigentlich nur eine Sache und zwar im Teambuilding verloren. Na, also wirklich ganz klar im Teambuilding verloren. Ich habe mit dem komplett, okay, nicht komplett anders. Also, ich habe eigentlich hauptsächlich mit einem anderen Team gerechnet, dass ich da natürlich so ein spezielles Akkani-Hops nimmt. Und, das ist, äh, ziemlich, ziemlich blöd. Vor allen Dingen, weil Heatran auch mal wieder in dem Kampf dann nichts gerissen hat, ja. Fun Fact, wenn ich die Erdkräfte auf Heatran gehabt hätte, hätten wir das Akkani wunderbar unter Druck setzen können. Akkani hätte nicht so groß auftrumpfen können, wie er es dann im Kampf getan hat. Und, äh, wir hätten den Kampf höchstwahrscheinlich, das wage ich jetzt einfach mal zu behaupten, gewinnen können. Ja, deutlich besser gewinnen können. Ich glaube, nämlich so eine Erdkräfte von dem, äh, komplett für speziell offensiven Heatran hätte mit den Erdkräften, glaube ich, bei dem Akkani-Split, was ich dann am Ende auch gesehen habe von Flo, ungefähr ein bisschen mehr als 50% gemacht. Also, es hätte mehr als 50% gemacht, ne. Und zusätzlich hätten wir halt noch die Crit-Chance, die Drop-Chance, etc. pp. Heißt also, mit den Erdkräften wäre das Ganze auf jeden Fall ziemlich krass gewesen. Generell war Heatran in dem Matchup echt gut. Aber Solarschai war halt tot, weil er halt Zumpex nicht hatte. Aber das ist halt der Gamble, den ich beim Teambuilding aufgenommen habe. Und das ist halt, wie gesagt, es ist halt dieses Glücksspiel sozusagen beim Teambuilden. Wenn man speziell auf etwas preppt und etwas dann nicht erwartet und es dann nicht aufgeht, dann hat man halt einen gravierenden Nachteil, wie ihr jetzt gerade gesehen habt. Ich habe zum Beispiel als fünften Angriff immer die Erdkräfte dabei gehabt, bis ich mir dann irgendwann gedacht habe, die Tarnsteine sind irgendwie cooler, weil Flo halt Hazard-Week ist. Und ja, hat sich in dem Fall zumindest nicht so gut gelohnt. Ja, 0 zu 3 Niederlage, den Umständen entsprechend auf jeden Fall noch okay. Der Miss am Ende von Lucario war nicht wirklich wichtig, denke ich. Der hätte vielleicht ein bisschen was an der Differenz geändert, aber ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt eigentlich Kargoron immer durchgeht. Vor allen Dingen, weil er dann auf Elfung gehen kann. Elfung kann dann irgendwelche Elfung-Faxen noch gegen Ende machen. Und Kargoron kommt eigentlich in dem End-Szenario immer zu nahe Autonomie. Keine Ahnung, wie der Angriff auf Deutsch heißt. Und kann dann halt durchgehen. Also es hätte wirklich nicht so viel an dem Kampf verändert. Dementsprechend ist es okay. Ja, war aber meiner Meinung nach auch echt ein schwieriges Matchab. Egal. Mundabwischen weiter geht's. Nächste Woche geht's ran gegen Kuscha. Dann können wir auf jeden Fall noch eventuell einen Sieg einfahren. Kuscha ist ja auch so in unserem Punktbereich anzusiedeln. Ich gehe sogar davon aus, dass Kuscha wahrscheinlich diese Woche gewinnen kann. Ich habe mir das Zielbilding angeguckt und ich denke mir so, hm, das sieht interessant aus. Und Pressen könnte eventuell auch stolpern. Dann ist der Punktverlust heute natürlich umso bitterer. Aber, ey, kriegen wir schon noch irgendwie hin. Heute soll es das jedenfalls gewesen sein. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim letzten Kampf an diesem GPL-Spieltag. Haut rein, schönen Sonntag noch. Und bis dann, euer Ligi. Macht's gut.